Musik Die Wassergewöhnung hat sich gelohnt. Cleo geht zwar nur bis zum Bauch rein, was für sie aber schon ein riesengroßer Fortschritt ist. Sie hat total Spaß dort das Wasser zu flitzen. Nur schade, dass sie das in unserem letzten Abend erst so richtig für sich entdeckt hat. Ich bin mal richtig gespannt drauf, wie es das nächste Mal sein wird, wenn sie wieder ins Wasser gehen kann. Wasserhundi! Ja, ist cool. Messehundi, jawohl! Messehundi! Es ist so schön, wie verspielt Cleo ist. Sie gibt uns so wahnsinnig viel. Cleo ist für uns ein echter Clown. Oft bringt sie uns zum Lachen. Aber wenn uns manchmal nicht danach ist, sie tut einfach unheimlich gut. Sie ist auch sehr, sehr feinfühlig. Wenn jemand traurig ist oder krank ist, kommt sie sofort her und tröstet einen, kuschelt zu einem her, lässt sich verwöhnen, schmust. Einfach ein unglaublich toller Hund. Ja, sie tut uns alle einfach nur gut. Ein Leben ohne unsere Cleo können und möchten wir uns gar nicht mehr vorstellen. Wir sind sehr dankbar für diesen tollen Hund. Wir sind sehr dankbar für diesen tollen Hund. adviseizente Ernst vom Methoden, ist sehr dankbar für dieses Thema N productivity. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020